Musik Die Sigmund-Wann-Realschule aus Wunsiedel hat die Europa-Urkunde erhalten. Eine von sieben Schulen in Bayern, die diese Auszeichnung heuer erhält. Und ich muss sagen, zu Recht, ich war absolut begeistert, was die Schulfamilie hier wirklich auf die Beine stellt, um Europa erlebbar zu machen. Und Europa wächst vor allem dann zusammen, wenn wir uns gegenseitig kennen, wenn wir eben auch Austausch haben, wenn die jungen Menschen eben mit anderen jungen Menschen in Kontakt kommen, wie hier, wenn es Austausch gibt Richtung Tschechien, Frankreich, Großbritannien. Und das ist eben so enorm wichtig. Hier leistet die Schule sehr viel. Musik 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 Musik